So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial, wie man verschlüsselt. Es geht hier auch wieder um IT Security, das heißt das Schutzziel der Vertraulichkeit, dass E-Mails nicht mitgelesen werden dürfen und dass ihr natürlich auch zum Beispiel euch privat unterhalten könnt, aber auch gewerblich oder sogar für Ämter. Denn ich weiß, dass viele Gewerbe oder viele Ämter einfach Outlook nutzen, weil es die einzige Software ist, die wirklich volle Funktionalität gibt für alles Mögliche und einfach dabei noch zu benutzen ist. Ich persönlich benutze Outlook eigentlich gar nicht. Ich habe eine E-Mail, die bei Outlook drin ist und ja, die ist von meiner oder von der Firma, wo ich auch Berater bin und deswegen wundert euch bitte nicht über die seltsame E-Mail-Adresse und bitte schreibt mir auf keinen Fall dahin, denn ich werde eure E-Mails dort auf gar keinen Fall beantworten, es sei denn, es sind wirklich echte Anfragen an Wingo. Okay, so viel sei dazu erstmal gesagt. Ich weiß allerdings, dass viele von euch das Bedürfnis haben, E-Mails zu verschlüsseln und das geht mit Cleopatra bzw. mit GnupiG4Win. Wir hatten uns ja schon im ersten Tutorial zu Cleopatra und GnupiG4Win damit beschäftigt, wie wir das Ganze runterladen, installieren und wie wir vor allem auch Schlüssel anlegen und das haben wir gemacht. Wir haben einen Schlüssel für meine Kontakt-E-Mail-Adresse und wir haben einen Schlüssel, den habe ich jetzt im Nachhinein noch angelegt, für diese Wingo-E-Mail-Adresse, damit ich euch das auch in Outlook zeigen kann, weil ich will die andere E-Mail hier eigentlich nicht reinpacken. So, und wie geht das jetzt? Nun, ganz einfach, es ist wirklich absolut easy, denn wenn ihr das Ganze installiert habt, so wie wir es installiert haben, dann könnt ihr schon direkt mit Outlook verschlüsseln. Ihr müsst quasi nichts zusätzlich machen, weil GnupiG4Win euch das direkt mit installiert. Also einfach hier auf Neue E-Mail, dann landet ihr hier und ihr könnt hier direkt einfach zum Beispiel, ich schreibe jetzt mal an meine Kontakt-E-Mail-Adresse, kontakt-morpheus.de. So, wir machen hier einen Test, wir schreiben hier einfach nur Test rein und das soll bitte verschlüsselt sein. Wie wir wissen, ist diese E-Mail, die erste E-Mail, ist nicht verschlüsselt, weil die Schlüssel noch nicht ausgetauscht wurden. Das heißt, ihr müsst hier zwar auf Absichern, auf Signieren gehen und verschlüsseln, aber verschlüsselt wird noch nicht. Signiert wird direkt, aber verschlüsselt, wie gesagt, wird erst, wenn die Schlüssel ausgetauscht sind. So, das bedeutet, ich gehe jetzt hier mal auf Senden und wir bekommen ein Fenster, wenn wir das hier verwendet haben, übrigens GPG-OL ist das für Outlook und dann müssen wir hier unser Passwort eingeben für unseren Schlüssel. Und anschließend ist diese E-Mail schon versendet worden. Warum ist diese E-Mail jetzt schon versendet und vor allem auch verschlüsselt worden? Naja, ganz einfach, weil ich meinen Schlüssel von der Kontakt-E-Mail-Adresse natürlich auch habe. Wenn ich jetzt an jemand anders schreiben würde, an irgendeine andere E-Mail-Adresse, deren Schlüssel ich nicht habe, dann sieht das ein bisschen anders aus. So, zum Beispiel das hier, das ist jetzt einfach nur eine temporäre E-Mail, die in 10 Minuten wieder weg ist. Also, wie gesagt, jetzt nicht wundern, die gibt es nicht wirklich, die benutze ich auch nicht, keine Sorge. Aber wenn ich jetzt hier auf Signieren und Verschlüsseln gehe, dann kann ich die natürlich trotzdem senden. Ich kann sie signieren, das ist kein Problem, aber ich habe ein Problem mit Verschlüsseln, das sehen wir gleich. Tada, ich kann wunderbar signieren, ich kann wunderbar verschlüsseln, aber ich kann nur für mich selber verschlüsseln und nicht für andere Personen verschlüsseln. Und wenn ich jetzt das trotzdem auf OK klicke, dann wird die trotzdem einfach versendet und ich bekomme auch diese E-Mail dann. So, nicht wundern wegen der ganzen Werbung hier. Die E-Mail sieht dann so aus und ja, ist halt ganz normal einfach ein E-Mail, wo Test drin steht. Wunderbar machbar. Aber sie enthält eigentlich den Anhang mit dem Schlüssel, sodass ich jetzt direkt verschlüsselt kommunizieren könnte, wenn ich das möchte. Signiert wird aber automatisch. Also signieren tue ich so oder so, das kann jeder machen und jeder kann auch die Signatur überprüfen, dann kann eben niemand mehr irgendwie diese E-Mail verändern. Allerdings ist das Schutzziel der Vertraulichkeit erst erfüllt, wenn beide Parteien wirklich die Verschlüsselung wollen. und ja, das ist natürlich eine große Herausforderung immer. Deswegen, ja, würde ich euch dazu ermutigen, verwendet es von mir aus in Outlook, verwendet es von mir aus irgendwo anders. Ich habe für Thunderbird zum Beispiel auch schon mal vorgestellt, wie man da was machen kann, wie man da mit Verschlüsselung umgehen kann. Ihr findet das Ganze in der Playlist dazu. Und ja, fürs nächste Mal zeige ich euch vielleicht noch was anderes. Mal gucken, ob ich das zum Laufen kriege. Ich hoffe, ich kriege das zum Laufen. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.